Liebe Frau Mea Sibbeck, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Geburtstagsparty. Leider kann ich am Samstag aber nicht kommen. Ich muss für meine Firma nach Hannover fahren. Es tut mir wirklich sehr leid. Am Montag komme ich wieder nach Hause. Vielleicht können wir uns dann treffen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Doppelzimmer für vier Nächte Ich möchte ein Doppelzimmer mit halber Pension bestellen. Wir kommen am 5. Juni in Hamburg an und wollen vier Tage dort bleiben. Unser Flugzeug kommt am 5. Juni um 16.30 Uhr auf dem Flughafen Fulstbuttel an. Können Sie uns am Flughafen abholen? Mit freundlichen Grüßen Lieber Herr Bernhard, Ich bin... Sie waren im letzten Jahr in München mein Deutschlehrer. Der Kurs war sehr interessant. Jetzt bin ich wieder zu Hause, aber in diesem Sommer möchte ich wieder nach München kommen und noch einen Kurs besuchen. Machen Sie in diesem Jahr wieder einen Kurs? Wann beginnt er? Wie kann ich mich für den Kurs anmelden? Herzliche Grüße! Hallo, hallo, Silvia! Ich glaube, an diesem Wochenende scheint die Sonne. Wir können ans Meer fahren und schwimmen. Ich hole dich am Sonntag um 8.30 Uhr mit dem Auto ab. Du musst deinen Fotoapparat und etwas zu essen mitnehmen. Nein, bitte ruf mich heute Abend an. Lieber Michael, ich habe ein Problem. Kannst du mir bitte helfen? Ich will einen neuen Computer kaufen, aber du weißt ja, ich bin kein Computerexperte. Kannst du mit mir in das Geschäft gehen? Der MediShop ist auch am Sonntag geöffnet. Wann hast du Zeit, liebe Große? Informationen über Lübeck In diesem Sommer will ich mit meinen Freunden in Norddeutschland Urlaub machen. Wir wollen auch Lübeck besichtigen und wir möchten dort in der Jugendherberge übernachten. Können Sie mir bitte Informationen über die Sehensbürtigkeiten und die Jugendherberge in Lübeck schicken? Herzlichen Dank! und das ganze Veränder 바로 in der Hand